Hey Kinder, was geht bei euch? Willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute die M249, die vorletzte Waffe, bevor es dann an die Knives geht und den ganzen anderen Jumple. Die Liste war irgendwie schwer, weil man fast nie mit dem Teil in Berührung kommt, man spielt es ja eigentlich nie. Trotzdem habe ich hier eine Top 10 am Start und wir legen direkt los. Vielen Dank an unseren Sponsor. Skinbaron, hier könnt ihr Skins kaufen und verkaufen und dann noch Geld sparen. Platz Nummer 10. Heute scheinen einige unterwegs zu sein. Morgens übrigens auch wieder Livestream um 18 Uhr, für alle die Langeweile haben und alle anderen. Die Jungle Didi Pad liegt auf dem von mir eben genannten 10. Platz. Sie sieht jetzt nicht sonderlich krass aus, aber ist bei den Skins schon noch, bei den hübscheren Skins dabei. Der Preis liegt bei sagenhaften 1 bis 8,50 Euro. Würde ich jetzt nicht zuschlagen, überhaupt nicht. Platz Nummer 9. M249 Blizzard Marble Eyes. Schön, oder so. Und hier ist der Preis auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich da überhaupt nicht, also ich bin da generell uninformiert über Besonderheiten an Skins. Aber gerade bei der M249 bin ich überhaupt nicht informiert und da wundert mich es auch sehr, dass so ein Teil 22 Euro kostet. Vielleicht weiß ja einer von euch, was es damit auf sich hat. Die System Lock belegt den nächsten und somit den achten Platz. Die ist natürlich deutlich bunter und auch kräftiger. Nicht so lasch wie die anderen von vorhin. Der Skinname steht sogar drauf. Das hat natürlich was. Für Rotfans wahrscheinlich halt die 249, die man sich besorgen muss. Und da sind wir auch endlich in einem richtigen normalen Preissegment angekommen. Das ich zumindest auch erwarten würde bei dieser Waffengattung. Auf Platz Nummer 7 liegt die Spectra, die an den hellen Flächen so ein bisschen an diese Marbleized Dingenskirchen erinnert, aber dennoch halt klare Linien und Formen hat außenrum. Und für mich etwas angenehmer zum Ansehen ist als die Rote, weil Rot halt nicht so meine Lieblingsfarbe ist. Das Gelb könnte aber noch kräftiger sein, so ein bisschen wie bei diesen Bulldozer-Waffen. Nicht so lasch. Aber ich habe hier zumindest kräftiger in Erinnerung. Zum Glück ist der Preis auch lasch. Und mit 8 Cent vollkommen wirklich im Rahmen. Ja, 26 Cent. Und 57, fast ein Euro, Insta-Track. Der Link zu Skin Baron ist übrigens in der Videobeschreibung. Auf dem sechsten Platz liegt was recht Interessantes. Das kam, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit erst hinzu, dieser Skin. Und zwar aus der Gods & Monster Correction haben wir die Shipping Forecast. Hat was, ne? Vorhin hatte ich eine. Ah, okay, dann war die Sonne hier unten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob das überhaupt so großartig variieren kann, habe ich jetzt schwören können. Vorhin im Listen erstellen, weil die Sonne woanders. Sieht schick aus. Der Preis ist dafür jetzt halt auch wieder deutlich höher. Aber die macht halt schon zumindest ein bisschen was her. Falls man irgendwie absolut passionierter M249-Spieler ist, ne? Platz Nummer 5 ist belegt von der Emerald Poison Dart. Übrigens der Skin bei den M249, der meiner Freundin am besten gefällt. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, der sieht schon ganz gut aus. Aber ich finde dann doch die weiteren, wie viele sind es noch, vier, die ich hier drin stehen habe, finde ich deutlich schicker als die. Aber naja, ich denke, ihr gefällt dann einfach das Muster und natürlich auch die Farbwahl. Vor allem hier dieses Blau und so. Okay, okay. Der Preis ist auch okay. Okay. Bleibt sogar. Er hält sich sogar ziemlich gut. Ah, zwei Euro. Okay. Okay. Der vierte Platz birgt etwas Besonderes. Und zwar aus der Shattered Web Collection. Die Warbird. Ist ja wirklich noch nicht allzu alt. Damals haben wir, als wir uns das Teil angeschaut haben im Stream, da haben wir generell alle neuen Skins angeschaut. Da haben wir festgestellt, dass der wirklich schön ist. Also der ist auf eine ganz besondere Art und Weise rostig. Wir haben dann auch gesagt, dass er jetzt nicht an diese normalen Rust-Coat-Dinger rankommt, sondern eine ganz eigene Art von Rostigheit enthält. Mag sein, dass es schon andere so verhorstete Waffen gibt, aber gerade bei ihr kommt das richtig geil rüber. Könnte man sich gut vorstellen, dass die irgendwo an einem Strand rumliegt, wo die Amis mal richtig gefeitet haben. Also an einigen. Ja, und bei den Preisen sieht es auch wirklich nicht schlecht aus. 9 Cent, 8 Cent, die steht auch wirklich gut da. Jetzt kommen die oberen drei Plätze, Leute. Ihr könnt hier nochmal reingucken. Es ist ziemlich einfach, weil es echt nicht mehr so viele gibt. Was glaubt ihr, wie das Ranking so ist? Und habt ihr ein eigenes Ranking bei dieser Waffe? Habt ihr eine eigene Lieblings-M249 oder die Top 3 oder sowas? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Der dritte Platz, der jetzt kommt, war für mich zum Beispiel auch ganz neu. Die kannte ich gar nicht. Los geht's. Und zwar die Magma. Die sieht zwar ganz low-pixeliert, low-pixelig aus, aber irgendwie trotzdem voll geil. Sieht wirklich cool aus. Die kannte ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man die letzte Mal durchgegangen ist oder ob die jetzt erst, wann war ein Winter Offensive Collection, keine Ahnung. Das ist schon länger her, oder? Und gerade bei der, bei der ich dachte, da ist der Preis bestimmt gar nicht mal so niedrig, da geht er. Ist auch nicht extrem, sind jetzt keine 9 Cent, sondern, guck mal, geht er sogar hoch, ich weiß es nicht. Aber auch hier in dem Bereich, guck mal so ein Minimalware, 76, 67 Cent. Der ist der Track. Ach ja, zweiter Platz, Aztec. Braucht mir nicht viel zu sagen, oder? Ich hoffe, ihr habt alle Aztec gespielt, irgendwann mal zumindest in eurem Leben. Kommt schon, jetzt kommen wir nicht und sagt, nee, ich spiele nur das 2. Aufhören. Aztec ist wirklich, da kommen Erinnerungen hoch. Ich glaube, eines meiner allerersten Counter-Strike-Videos, das war nicht 1,6, sondern Source, haben wir auf Aztec gemacht. So ein Spaß- und Verarsche-Video. Damals auf mein Video hochgeladen. Das waren noch Zeiten. Da muss ich echt mal gucken, ob ich das noch auf meinem Uraltrechner finde. Aber da haben wir ganz viele Einspieler genutzt, die man mittlerweile natürlich nicht nehmen darf. Aufgrund von Urheberrechten, da wirst du direkt gefistet. Das war einfach eine schöne Zeit. Da war ich noch jung. Ist eigentlich die Kamera auf Autofokus eingestellt? Ja, Preise gehen schon klar, oder? 30 Cent? Aber welche ist jetzt auf dem ersten Platz, fragt ihr euch? Tja, natürlich die Nebula Crusader. Hallo? Das ist so eine Frage. Stat-Track ist immer mit drauf. Bei jeder, auch ohne Stat-Track. Ich weiß, da sind auch Rotanteile, ja. Aber in der Gesamtkomposition. Ein Träumchen. Und finanziell auch ein Träumchen, oder? Also für so ein hübsches Teil, 75 Cent. Komm. Komm. Auch wenn man sie nicht spielt. Und da sind wir mal wieder durch, Leute. War schön. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und um 18 Uhr im Livestream. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare. Ich hoppe mich später wieder dran und beantworte noch die, die bis heute kommentiert wurden. Oder ich versuche zumindest alle zu beantworten. Ja, bleibt gesund. Kommt gut durch die Zeit. Gute Genesung. Bis morgen. .